Willkommen Sandro Mohr, Referral Institute Schweiz. Sag mal, was machst du genau? Was heisst Referral Institute? Referral Institute steht für Empfehlungsinstitut. Wir sind eine Unternehmung, die im Bereich der Unternehmensberatung tätig ist, spezialisiert auf strategisches Empfehlungsmarketing. Wir begleiten Unternehmerinnen und Unternehmer dabei, mehr Neukundenakquise zu bekommen und die strategisch zu betreiben. So entspannend, was waren dann die Gründe, warum hast du dich für die Zusammenarbeit mit uns, mit Apple, für entschieden? Ja, wir sind jetzt seit drei Jahren auf dem Markt in der Schweiz, haben eigentlich ein sehr systematisiertes Businessmodell. Einesdestotrotz waren es immer wieder Überlegungen in Bezug auf die Markenentwicklung und die Markenwerte unserer Unternehmungen, wo uns einfach immer wieder sehr, sehr viel Zeit und auch Energie gekostet hat, weil wir uns selbst nicht richtig bewusst waren, was die Werte eigentlich sind oder sein sollen. Ja, es hat sich ganz sicher gewohnt, es hat uns sehr viel gebracht. Wir haben einerseits das Ganze in einer relativ kurzen und effizienten Zeit erarbeitet, was für uns wichtig war, und hat uns dann aber auch sehr viel Nutzen gebracht im Tagesgeschäft. Also wir haben heute klar drei definierte Markenwerte, das ist klar strukturiert, verbindend und wertvoll. Und heute haben wir auf der strategischen Unternehmensführung, auch auch in der operativen Führung täglich einen Nutzen davon, indem wir viel einfache Entscheidungen fällen können, über viele Sachen nicht diskutieren müssen, weil die Markenwerte sich eigentlich die Richtung vorgeben. Und nicht zuletzt haben wir auch viel Geld gespart, in dem wir nicht nur wenige Zeit dauern konnten, viele Investitionen, vermeintliche Investitionen, die wir wahrscheinlich getätigt hätten, nicht gemacht haben, aufgrund dieser Markenwerte. Kommt gerade in den Situation, was man gesagt hat, die Zusammenarbeit mit Deppeltree, der Entscheid sei etwas vom Besten gewesen, was ihr hier gemacht habt. Kannst du vielleicht dazu noch ein Beispiel sagen? Das ist richtig, es war sicher eine der besten Entscheidungen in den letzten drei Jahren, beim Nachbarn. Einfach weil es einfach für uns als Inhaber und Geschäftsführer des Unternehmens das Ganze einfach hält. Also es sind nicht nur drei schöne Werte, die irgendwo stehen, sondern es dient als Führungsinstrument. Und ja, das ist schon der klare Nutzen, dass man eigentlich das, was man im Kopf hat und in der Philosophie hat und im Herz hat, in einem klaren Markenwert geformt bekommt und dies auch wirklich als Führungsinstrument einsetzen kann. Schön, vielen Dank und weiterhin viel Erfolg. Danke dir und weiterhin auch viel Erfolg. Danke. 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 Danke.